das hat die welt noch nicht gesehen unser luca die ist momentan total nachrisch auf gefrorene küken und mäuse luki was machst du da mensch jetzt ein mausi klauen so schön spiel die man ja also entschuldigung aufgetaut und geschnippelt frisst sie es nicht aber sie hat unglaublich spaß an dem gefrorenen zeug das findet sie ganz prickelnd luca machst du da du mir das wieder da rein mensch und sie packt das ganz lustig du bist eine ursel bist du ich wollte euch das mal zeigen weil ich das selber so lustig finde sie sie quietscht nach dem küken wenn ich die raus tue und möchte unheimlich gern mit spielen ja vielleicht frisst sie irgendwann doch noch ich finde das sehr begeisternde ich lasse ja auch den spaß ja wo ist die mausi mensch aber jetzt wird es dann langweilig na gut ich wollte es euch auch nur zeigen und mit einem abschlussbild von meiner prinzessin wo ist die luca hallo ja das war es dann auch gute nacht